Der größte Kriminalfall der schwedischen Geschichte, der Mord an Olof Palme 28. Februar 1986, an einem schneidend kalten Winterabend wird Ministerpräsident Olof Palme in der Stockholmer Innenstadt erschossen. Der ungeklärte Mord am Regierungschef wird zum größten Kriminalfall der schwedischen Geschichte und ein Trauma von nationalem Ausmaß. Mehr als 30 Jahre später stoßen die beiden ungleichen Kommissarinnen Stina Voss und Ingrid Nüström auf eine vielversprechende Spur und beginnen zu ermitteln. Bald wird deutlich, dass ihre Nachforschungen dunkle Mächte wecken, die das Aufdecken der Tathintergründe um jeden Preis verhindern wollen. Das bedingungslose Ringen um die Wahrheit entwickelt sich zu einem gnadenlosen Kampf um Leben und Tod, der die beiden Frauen bis an ihre äußersten Grenzen führt, psychisch, physisch, moralisch und darüber hinaus. Die Spiegel-Bestseller-Autoren liegen im achten Band der beliebten Schwiegen-Krimi-Reihe ihr Meisterstück vor ein atemloser Thriller, sorgfältig recherchiert, kunstvoll konstruiert, rasant erzählt.